Weißt du zufällig, wo ich Dynamit finden kann? Da war ich nun mit etwas Dynamit in der Tasche und nur wenig Zeit, um es zu verstecken. Was ist los? Ich lief nach links, doch da kamen die Krieger. Ich wandte mich nach rechts, doch da kam Feran persönlich auf mich zu. Jetzt sag mir schon einfach, wo es ist, Shakespeare. Also nahm ich mein Phantasma in die Hand und tauchte in das von Sankar bevölkerte Gewässer. Durch das trübe Wasser sah ich in der Ferne einen riesigen Schattenlauern. War es ein großes Raubtier, das versuchte mich zu fressen? Hey, James Bond, hier drüben! Ich habe meine Luft so lange angehalten, dass es mir wie ein ganzer Mond vorkam. Mit dem einen Arm wehrte ich Sankar ab und dem anderen hielt ich die wertvolle Fracht. Ich ergriff die Gelegenheit und schwamm direkt auf den großen Schatten zu, ohne die geringste Furcht um mein eigenes Phantasma. Wie stellt man den Kerl ab? Meine Finger wurden langsam taub und die Sicht wurde schlechter. Doch ich schwamm weiter meiner scheinbar unumgänglichen Umkehrung entgegen und dann sah ich es. Der Schatten war ein versunkenes Boot, dasselbe mit dem Koax auf dem See patrouillierte, bis ein unbeschreiblich wagemutiger Talaner es versenkte. Oh Mann, was würde ich für eine Werbepause geben? Meine Lungen drohten zu bersten, als ich die wertvolle Fracht im Schatten des verdammt versunkenen Bootes ablegte und wieder an die Oberfläche schwamm, wo ich feststellen musste, dass sich 20 Soldaten umtreten und in meine Richtung blickten. Bei dem versunkenen Boot? Du quatscht mich hier stundenlang voll, obwohl du mir das alles in nur vier Worten hättest sagen können? Bei dem versunkenen Boot? Hättest du mich nicht gefragt, wie ich das Dynamit versteckt habe? Nein, nur wo du es versteckt hast. Oh, bei dem versunkenen Boot. Ich frage mich, ob Feran seine Leute gut bezahlt. Wenn das so weitergeht, arbeite ich am Ende sogar freiwillig umsonst für ihn. Hat dir die Geschichte nicht gefallen? Zugriff auf Lexikon erfolgt.